Stell dir vor, du stehst mitten in einer scheinbar ausweglosen Konfrontation mit einer übergriffigen Person. Dein Herzschlag beschleunigt sich, die Spannung steigt und du fragst dich, wie du diese herausfordernde Situation am besten meistern kannst. Übergriffige Menschen tauchen in verschiedenen Lebensbereichen auf, sei es in der Arbeit, im Freundeskreis oder sogar innerhalb der Familie. Doch hier ist die gute Nachricht, du hast die Macht, souverän zu reagieren und deine eigenen Grenzen zu schützen. In unserem heutigen Video werden wir dir acht typische Situationen aufzeigen und genau erklären, wie du in jeder davon mit übergriffigen Menschen umgehen kannst. Bleib unbedingt bis zum Ende dran und abonniere unseren Kanal, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Erste Situation Unangemessene Kommentare am Arbeitsplatz Es ist Montagmorgen und du beginnst deinen Arbeitstag voller Energie. Doch schon nach wenigen Minuten am Schreibtisch bemerkst du, dass ein Kollege regelmäßig unangemessene Bemerkungen über dein Aussehen macht. Wie reagierst du nun? In dieser Situation ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen. Gehe zu deinem Kollegen und sage höflich aber bestimmt, dass du dich von seinen Kommentaren gestört fühlst und diese nicht akzeptierst. Achte darauf, ruhig und selbstbewusst aufzutreten, um zu zeigen, dass du dich nicht einschüchtern lässt. Wenn der Kollege weiterhin unangemessene Kommentare abgibt, solltest du dies deinem Vorgesetzten melden, um die Situation angemessen zu klären und deine Arbeitsumgebung zu schützen. Zweite Situation Unangemessene Nähe in sozialen Situationen Du bist auf einer Party oder einem gesellschaftlichen Ereignis und eine Person, die du kaum kennst, drängt sich zu nah an dich heran und respektiert deine persönliche Distanz nicht. Deine Reaktion könnte wie folgt sein. Um deine persönliche Distanz zu wahren, nutze deine Körpersprache. Stehe aufrecht, mache einen Schritt zurück und behalte einen angemessenen Abstand bei. Falls die Person hartnäckig bleibt, kannst du höflich sagen, ich fühle mich wohler, wenn wir etwas mehr Platz zwischen uns haben. Das ermöglicht uns beiden, die Veranstaltung besser zu genießen. Auf diese Weise schützt du deinen Raum und zeigst, dass du keine unerwünschte Nähe zulässt. Es ist wichtig, in sozialen Situationen für dein eigenes Wohlbefinden einzustehen und gleichzeitig respektvoll zu bleiben. Dritte Situation Ständige Kritik von Familienmitgliedern Ein Familienmitglied hat die Angewohnheit, ständig deine Entscheidungen und Lebensweise zu kritisieren. Wie kannst du mit dieser anhaltenden negativen Kritik umgehen? Hier ist Empathie der Schlüssel. Sprich in einem ruhigen Moment mit diesem Familienmitglied und drücke deine Gefühle aus. Sage beispielsweise, ich schätze deine Meinung, aber die ständige Kritik verletzt mich und belastet unsere Beziehung. Können wir darüber sprechen, wie wir besser miteinander umgehen können? Indem du deine Gefühle teilst und nach einem offenen Gespräch fragst, zeigst du deine Bereitschaft zur Veränderung und zur Lösung von Konflikten. Du hast einen Freund, der häufig versucht, dich zu manipulieren und deine Entscheidungen zu beeinflussen. Hier könntest du wie folgt reagieren. In diesem Fall ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen und sich bewusst zu machen, dass du das Recht auf deine eigenen Entscheidungen hast. Du könntest beispielsweise sagen, ich schätze deine Meinung, aber ich werde meine eigenen Entscheidungen treffen. Deine Unterstützung und Freundschaft bedeuten mir viel, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Halte unbedingt an deinen Prinzipien fest. Fünfte Situation Überschreiten persönlicher Grenzen in romantischen Beziehungen In einer romantischen Beziehung fühlt sich dein Partner oder deine Partnerin manchmal berechtigt, deine persönlichen Grenzen zu überschreiten, sei es emotional oder manchmal sogar physisch. Wie schützt du deine Grenzen in einer solchen Beziehung? Auch hier ist Kommunikation der Schlüssel. Sprich offen mit deinem Partner oder deiner Partnerin über deine Grenzen und wie du dich in der Beziehung fühlst. Wenn dein Partner deine Grenzen nicht respektiert, solltest du in Betracht ziehen, professionelle Hilfe oder Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Situation versuchen zu klären. Deine persönliche Sicherheit und dein Wohlbefinden sollten immer oberste Priorität haben. Denke daran, dass gesunde Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren. Sechste Situation Unangemessene Online-Kommunikation Du wirst regelmäßig mit unangemessenen Nachrichten oder Kommentaren in sozialen Medien oder WhatsApp konfrontiert. Wie kannst du damit umgehen und dich online sicher fühlen? In diesem Fall solltest du so einen Kontakt, der unangemessene Nachrichten sendet, blockieren und das Behalten den Plattform-Administratoren melden. Es ist wichtig, diese Belästigung nicht zu tolerieren und Maßnahmen zu ergreifen, um deine Online-Sicherheit zu gebärleisten. Du bist gerade in dein neues Zuhause gezogen und deine Nachbarn sind äußerst neugierig. Sie stellen unaufhörlich persönliche Fragen zu deiner Familie, deinem Beruf und deinen Gewohnheiten. Wie kannst du nun reagieren, um vor allem deine Privatsphäre zu wahren? In dieser Situation ist es ratsam, direkt und bestimmt zu sein. Du könntest beispielsweise sagen, ich schätze dein Interesse an meinem Leben, aber ich bin ein eher privater Mensch und bevorzuge es, meine persönlichen Angelegenheiten für mich zu behalten. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn die Nachbarn weiterhin neugierig sind, könntest du das Gespräch freundlich, aber bestimmt beenden und dich höflich verabschieden. Es ist wichtig, grenzenklar zu kommunizieren und zu zeigen, dass du nicht bereit bist, persönliche Informationen preiszugeben. Achte Situation Ungewollte Ratschläge von Bekannten Stell dir vor, du bist in einem Café mit einem Bekannten und während des Gesprächs beginnt, dieser Bekannte ungebetene Ratschläge zu deinen ganz persönlichen Angelegenheiten zu geben, sei es in Bezug auf Karriere, Beziehungen, Lebensentscheidungen oder Geldangelegenheiten. Deine Reaktion in so einer Situation könnte die folgende sein. Danke, dass du dir Gedanken machst, aber ich habe bereits eine klare Vorstellung davon, wie ich mit meiner aktuellen Situation umgehen möchte. Ich würde gerne über andere Themen mit dir sprechen. Falls der Mensch beharrlich ist, könntest du wiederholen, dass du nicht nach Ratschlägen suchst und das Gespräch in eine andere Richtung lenken. Unser heutiges Fazit Die Bewältigung übergriffiger Menschen erfordert Selbstbewusstsein, klare Kommunikation und die Botschaft, deine Grenzen zu schützen. Diese acht Situationen sind nur einige Beispiele dafür, wie du souverän reagieren kannst. Denke daran, dass deine Sicherheit und dein Wohlbefinden immer Vorrang hat und zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn die Situation es erfordert. Mit den richtigen Strategien und einem starken Selbstbewusstsein kannst du deine Fähigkeiten im Umgang mit übergriffigen Menschen verbessern und ein Leben ohne ständige Belästigung führen. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!